Herzlich Willkommen bei Selbstkleberfröhung.com Heute möchte ich Ihnen eine farbig-transparente Adhésivfolie vorstellen. Diese Folie hat keinen Kleber und haftet im Prinzip durch Elektrostatik. Sie können sie ganz einfach auf Ihr Fenster legen und schon haben Sie eine transparent Farbeoberfläche. Problematik bei dieser Adhésivfolie ist, Sie haben keine 100% klare Sicht, wenn Sie eine farbige, transparente Folie mit Acrylatkleber von uns beziehen, dann haben Sie eine 1A-farbige Glasscheibe erzeugt. Im Adhésivverfahren leider nicht möglich, aber für Bastelarbeiten oder für Kindergarten oder einen Kurzzeitigen Effekt zu erzielen, die optimale Variation. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal bei Selbstkleberfolien.com